Qualität, Frische und bester Service. Dafür steht die Metzgerei Haller seit 1896. Unser Laden in Murnau und unsere Filiale in Bad Tölz sind bei Jung und Alt beliebt. Ob Brotzeit oder Mittagstisch, bei uns sind sie immer herzlich willkommen. Wir beziehen Fleisch ausschließlich aus heimischer Landwirtschaft. So stärken wir die bayerischen Betriebe vor Ort. Selbstverständlich halten wir bei der Produktion strenge Hygienerichtlinien ein und agieren ressourcen- und umweltschonend. An unserer Produktionsstätte im Murnauer Gewerbegebiet wird Metzgerhandwerk gelebt. Alle Fleisch- und Wurstwaren stellen wir selbst her. Für unsere erstklassige Produktqualität wurden wir übrigens bereits mehrfach ausgezeichnet. Wir produzieren nach hauseigenen Rezepturen und entwickeln für unsere Kunden gerne neue Kreationen. Davon profitieren Einzelhandel, Kliniken, Gastronomie, Hotellerie und natürlich Sie als Endverbraucher. Metzgerei Haller – aus Tradition. Aus Leidenschaft für das Metzgerhandwerk. Aus der Region.